Krasser Scheiß. So, die nächste Mission wird lustig. Weißt du warum? Ist das was mit Fliegen? Mit dem Heli-Helikopter. Oh nein. Doch. Ich hoffe, du fliegst. Das ändert sich, glaube ich, jedes Mal, wenn man auf A verkackt. Das passiert ziemlich häufig. Ich habe letztens diese Lufteroberung gezockt. Okay. Ich habe, glaube ich, innerhalb 20 Minuten einen Kill gemacht. Da siehst du mal, wie gut ich mit Fliegen bin. Das ist ein Kill. Und mit dem Heli habe ich noch gar keinen Kill. Oh mein Gott. Was? Verfliegt? Du. Also ich hoffe mal, dass wir nicht verkacken. Mehr Schub. Ich kann die Sicht ändern. Nein, ich kann... Hä? Kann ich jetzt auch steuern? Nee, du kannst schießen. Ich habe auch nicht gehalten. Oh nein! Geht der schon mal top? Ja. Wenn das mal nicht erfolgreich war. So, schauen wir, ob du weiterkommst. Ich werde versuchen. Ich gebe mein Bestes. Ich darf schon wieder schießen. So. So, ein paar Kack jetzt nicht. Geht erst mal ganz hoch. Jetzt drehe ich da rüber. Und wen müssen wir überhaupt? Also was mache ich denn schon wieder? So, gerade bleiben. Ah, den müssen wir folgen. Den da unten. Auf ihn schießen? Nein. Oh Gott. Ich habe Angst. Ja, ich auch. Spannung. Spannung, Anspannung. Wow, 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 wow. Ganz fein. Jetzt helfen wir schießen. Ja, ich verschieße erst mal eine von 14 Schüssen. Oh, nein, nein, nein. Wir sollen, glaube ich, nicht landen. So, wo sind denn die hier? Darf ich, darf ich, habe ich schon Schuss erlauben? Ja. Feuererlaubnis, wo sind denn die? Da. Ja, das ist alles. Du musst drehen, ich kann da nicht. Ja, mache ich doch gerade. Ah, da ist noch einer. Ach, du hast ihn schon. Ach, du hast ihn schon. Es sind zwei. Ja. So. Du bist ja krass. Ich habe gemacht, ich würde sagen. Du bist ja krass drauf. Okay, Mission vorbei. Das ist voll behindert. Ich fühle mich unwohl, den ich den Kopf habe. So, wo ist, gibt es noch mehr Gegner? Oder haben die alle schon sich vor Angst verpisst? Turn around, turn around. Ah. Stand alive. Da sind Gegner da. Wo? Irgendwo. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe Schlüsse. Ich versuche mal gerade zu halten. Weil du schießen kannst. Irgendwas haben die gesagt, die brauchen Feuerunterstützung. Aber wofür? Ja, die haben auch noch. Da schießen irgendwelche. Siehst du die? Völlig. Ich muss sagen, wann ich stehen bleiben soll, wenn du mich dreht. Ja, das ist erst mal gut so. So, ich glaube, die haben wir jetzt getötet. Okay, dann drehe ich mich wieder. Wow, 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 wow. Von wo, von wo? Auf den Dächern. Fick mal höher. Da haben sie markiert. Wo? Auf den Boden. Wow, 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 wow. Entschuldigung. Is that? Wow. Ist der so gut geflogen? Okay, mal kurz am Boden. So. Seit jetzt. Die fliegen bei mir immer voll weg. Bei mir auch voll. Noch mehr Schüsse. Da. Da unten hinter dem Auto sind noch Teile, oder? Ja. Vier. Fünf. Keine mehr, glaube ich. Yeah. Wow, fuck. Ein. Das war eigentlich. Das war eigentlich besonders geplant. Das bildet es nämlich. Dann müssen wir alles nochmal wegfliegen. So, mach mal. Panzerfaust, schnell weg damit. Und er fliegt. Und er fliegt. Fliegt, fliegt wie irgendwas mit Flügeln. Und ist. Ach. Ballermann-Hitzen-Scheiß. Und er fliegt. Ich bin so stark, stark. Wie eine, die mal Kräte hast. Boah, ich habe eine Waffe vollgeschalten. Dank dir. Ich bin es halt einfach. Was ist das? Ich habe so viel Skill. Ich mache sogar... ...eine andere. You have to ski. Die schießen da eigentlich auf eure Gegner. Was machst du so außer Helikopter fliegen? Töten. Du fliegst du nicht mal. Ich fliege noch nicht mal. Ich töte einfach nur. Machen wir nur... Killing Machine. Buh, 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 buh. Was? Das war mir ne... Ja, aufzutanzen. Wir haben eine Mission. Aufzutanzen. Ich bin auf 125 irgendwas. Fuß, Meter, weiß ich nicht. Wir haben 22 G gerade, wenn ich so krass bin. 125 Fuß, das sind doch irgendwie 10 Minuten oder sowas. Was? Hund? Hä? Okay, du rechnest Entfernung in einen Minuten. Ja. Okay. Naja, 125 Fuß sind circa 3 Kilo. Kommt hin, oder? Ja. Jetzt wird es interessant. Und was sind denn noch die Gegner? So, jetzt... Ich denke, was warst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich habe noch Gegner gesucht. Ach, da hinten. Die waren... Hier unten irgendwie im Gebüsch. Äh, oh, 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 oh. Wechsel zu Lenkraketen. Ja, der ist down. Der ist kaputt. Da ist noch einer. Sie haben keine Chance. Gegen den schwarzen Alex. Genau. Das hat sich fast angehört wie Gaming aus. War gar nicht schlecht. Was machen die denn? Was sind das für Lappen, diese Einsatzteams da? Ja, da sind welche auf dem... Können wir auch nicht einfach auf dem Boden runter? Da, 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 da. Tob dich aus, mein Freund. Huh, oh, 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 oh. Answer for us. Nicht gut. So, ich werde jetzt hier in Skype angeschrieben, das mache ich gar nicht. Das stört die ganze Atmosphäre hier. Das gibt eine Message. Nee, richtig. Die ist hier richtig gewaschen. Was fällt dir ein? Die waren auf einer strengen geheimen Mission und du hast sie ruiniert. Ich weine gerade, falls du es wissen musst. So, wie es sich gehört. Also, was man tut. So, Mann. Da. Da. Wo hab ich da rausgekommen? Schießen. Oh mein Gott. Ich will auch schießen. Soll vielleicht mal wieder nach oben fliegen. Ich kann ihn nicht treffen. Turn around. Du musst nach tiefer. Du musst nach tiefer. Nicht zu tief. Nach links. So, ganz, ganz. Ja, so ist gut. Geht doch. War doch nicht so schwer zu sterben. Wo war es jetzt dann einmal. Was ist denn immer noch weg? Ich schieße sie wieder auf einen anderen Planeten. Na, da unten ist noch einer. Der mache ich. Bin ich hier der einzige, der auf die schießt? Oder sind die da unten irgendwie nur zum Spazier? Wir sind die da. Wir sind die Sterne einfach nur da, weißt du? Das ist genau wie ein Call of Duty. Du musst auch alles alleine machen. So, wo wollen wir jetzt? Das ist die Leitung von Fernsehkabeln. Der Himmel macht mich ein bisschen fertig. Was machen die denn? Wow. Wow, 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 wow. Nein, 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 nicht im Boden, nicht im Boden. So, wo sind sie? Die sind in das Gebäude. Ich schieße einfach mal drauf. Da hinten. Was ist da? Ich sehe nichts. Ich schieße einfach drauf. Was? Ich habe es getroffen. Ja. Höher fliegen. Ganz fein. Wow, 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 wow. Ich komme ja noch lauter zurück aus dem Tone rausgefahren, ey. Ja. Was mache ich? Was mache ich? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Schnell zurück. Zurück. Da vorne. Ja. Schnell. Oh mein Gott. Nee, oder? Das geht doch nicht. Nee. Ich muss mich verarschen. Sehr schön. Ich bin unglaublich stolz auf dich. Komm, jetzt rucki zucki. Ja. Ja, es ist behindert. Wir wissen, wo wir langt müssen. Wir wissen, was wir töten müssen. Das ist so wichtig. Mal jetzt einfach einen auf. Dieser Mist. Einfach rein und raus. Nein. Oh. Ein Stückchen höher. 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 Ja, genau. Gut. Jetzt vielleicht umdrehen. Vielleicht auch mal Gegner finden können. Ah, Murks. Ich glaube, wir werden eh kurz vor beenden. Nee, nee. Ich schieße schon mal ein paar Häuser kaputt. Häuser kaputt. Dann können die nämlich nicht da drin hocken und aus irgendeinem mysteriösen... Ach, da. Ach, Mursel müssen wir zuerst ausschalten. Stimmt ja. So, war der Zweite? Nein. Da ist er ja. So, wo sind die anderen? Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Bei den 586.231 Zuschauern bei diesem Video. Das ab und zu der Sound der eine Skype-Nacht aufkommt. Das ist der da, dass ich so fame bin. Die Leute einfach gar nicht anders können, als mich anzuschreiben. Ja. Die stehen schon Schlange. Das ist schlimm, gell? So ein Gefühl. Das kennst du ja gar nicht. Nein, ich bin nicht fame genug. So, mit deinem paar publiken Zuschauer. Was ist denn jetzt? Hä? Du hast das Alpha-Team verloren? Ich schmeiß gleich hier den... Oh, mein Gott. Oh, dieses Drecks Alpha-Team kann doch nicht mal alleine überleben. Meine Fesse. So, jetzt aber zusammenreißen. Ich schreide höher, geh sie mir. Folgen. Gleiches müssen wir sie mir abstützen. Sturzflug! Yeah! Oh, oh. Ach, oh, oh, ich bin froh. Ach, stimmt, ja. Schieß einfach so ein Heli von uns ab. Ach, darf ich nicht. Ich würde sagen, ich lande jetzt einfach mal. Lande auf den anderen Heli. Das wird ganz wichtig. Ich habe irgendwelche Krümel auf dem Tisch und deswegen kann ich meine Maus gerade nicht so führen, wie ich mir das vorstelle. Das ist ein Problem. Wo war der zweite Mörder? Was war das denn gerade? Da hinten irgendwo. Bang! Bitteschön. Wow! Was kam da denn? Die waren geflogen. Das ist aber in den Häusern, ne? Ne, noch auf dem Feld. Hoch. Nicht auf dem Boden. Jetzt aber bei dem Haus, ne? Entschuldigung. Ey, die überleben auch echt alles. Einfach alles kaputt schießen. Zerstören. It's raping time. Jetzt haben wir aber auch ein E-Mail-Hesky hier. Hesky time. Da ist noch einer. Tot. Ich will fucking rape you. Ich entschuldige meine leicht genervt und angepisste Stimmung. Was weiter anliegen könnte. Das ist die Mission zu verhindern. Das ist die Mission zu verhindern, das. Und weil du euch voll das Haus zerstörst, ey. Bist du voll schon kaputt, ey. Ey, die fliegen hier aber durch die halbe Map. Das will ich auch können. Soll ich es zeigen? Nein. Nein, bloß nicht. S-Schleudersitz. Ich habe es geschafft mit dem schwarzen Alex. Ruhm auf dem Dach. Ah. Boom. Entschuldigung. Es war der schwarze Alex. Nein, das war ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es kenne. Aber wo sind die? Hä? Wo sind die jetzt? Können wir es kaputt machen? Ah, da sind sie doch. Entschuldigung. Ah, da kommen schon wieder die ersten Gegner runtergeflogen. Wo sind sie denn? Hier. Äh. Das würde mich auch noch interessieren. Hä? Bei der Tankstelle, die da gerade ist. Bei diesem riesen Feuerball. Feuerball, Junge. Oh, du fährst, du Feuerball. Ja. Wenn die, wenn diese komischen Einsatzgames die nicht mal markieren. Nee, das ist ein Lappen. Oh. Ah. Das ist einfach mal Wildkuh. Ah, da. Ganz viele. Ein Fleck. Oh, da fliegen schon wieder Gegner durch die Map. Sehr schön. Weil sie es können. Ja. Da hinten. Ach, die Panzer kommen jetzt schon. Wow, 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 wow. Oh. Fuck, 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 fuck. Da oben, da oben, da oben. So. Keep calm. Wenn ich selber schieße, dann kommen wir so ein Schmarrer bei raus. Packing auf den Kopf einfach. Einmal umdrehen, bitte. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, Philipp von der. Vielen Dank für die Blumen. Also, ich glaube, das war's. Vielen Dank. Jetzt kommt die Spaß, das ist ein Tunnel, aber was. Nee, 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 nee. Ich habe ihn markiert. Hier, lauf. Ich bin so, die Töte. So. Nö. Nee. Warte mal, wohin gucke ich denn jetzt? Hä? Ach, da. Ja. Ach, der Scheiß. Oh mein. Hast du nicht irgendwie, meinst du nicht, du hast irgendwie Lenkraketen oder sowas? Ja, aber das funktioniert nicht. Ja, wenn ich wieder schieße, dann stürze ich am Ende wieder ab. Ja, das brauchen wir natürlich nicht. Stiefer fliegen. Ich kann die nicht treffen. Warte, wieso bin ich denn so? Wir Tuten. Da lang. Hey, Junge. Kommst du dich auf dem Schießen, Junge. Keine mal ab jetzt. So. Geht doch. Ich wollte es nur spannend machen. Ja, genau. Und dann. Spiel es mir noch ab. Wir brauchen ja fast Feuer. Wir piepen immer lauter. Und immer schneller. Komm, ich dubste. Komm, ich kenne jetzt das Gegner. Mit der fette Dubstep-Mucke. Ah, ich spiele das weiche Spiel dafür. Wir brauchen ja Call of Dudes. Wir rauchen total. Soll ich mal... Vielleicht fast unser eigenes Team abgeknallt. Soll ich mal eine Rolle machen? Nein. Können Sie einen Salto machen? Nein. Hätt da aber was. Hätte, ja. Wir brauchen so ein bisschen Pep geben. Bleiben in der Position. Ja, da hinten kommt was. So zu halten. Jetzt kann ich die nicht treffen. Ich drauf schießen. Kämpfe im Ästen. Flix in die falsche... Achso, nee, da sind ja auch welche. Ich meinte ich doch. Ja, ich... Hör mir doch mal zu. Ich bin ziemlich niedrig. Dürfst du da auch was? Ich hau ihn grad... Hau ihn ganz fest. Aber richtig mit Eiern. Hast du ihn? So, beide. Okay. Beides. Ich weiß nicht, was ich zuerst weghauen sollen. Dieses Flugabwehrgeschütz... Okay, jetzt ist es eh zu spät. Das ist ziemlich nett, der Panzer, oder? Den Drobo eingelegt. Need for Speed Battlefield. Oh, jetzt hast du mir auf die Tee gedacht. Wieso brauchen die ständig Feuerunterstützung? Was machen die denn? So weit war damals vorher, oder? Da ist noch einer. Ah, jetzt ist er weg. Feuerunterstützung. Wir wollen Gehalt haben. Mehr als ihr. Ihr macht die ganze Arbeit und wir machen nicht. Und kriegen mehr Gehalt. Weil wir das super Spezialeinheitsteam sind. Kontakt von allen Seiten. Ja, 2-1 ist gut jetzt. Oh, es sind echt einige. Da. Ah, man geht einfach alle auf einmal. Warrior 2.0.4 over. Bitch. Sind die? Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. So, wo haben wir noch welche? Miau, miau, miau. Da. Da sind sie ja. Guten Abend. Gott. Jetzt hört sie mich an der Wand. Alter, ich schieße auch unter. Ich schieße auch unter. Da ist noch einer. Da ist er tot. Wow. Wow. Jetzt kommen die Fotzen aus dem Kuh. Wow, 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 wow. Bitte, bitte, bitte. Geh kaputt. Geh kaputt. Verdammt nochmal, geh kaputt. Ich kann ihn nicht treffen. Ja, ich muss gar ein bisschen wegfliegen. Ah, hat sich selbst zerstört. Selbst zerstört. Boah, ich fliege mal ein bisschen nach vorne, ich weiß, dass wir es ja wieder. Was, wir sollen, was wir auch markieren? Was will der von uns? Hä? Ich bin befordert. Wir brauchen doch schon. Ach, da kommt der. Boah, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Was ist das denn? Was habe ich denn hier? Da kommt der Abholhegel. Den ganzen Fall, der ist ja gleich mit XP nutzen oder so. Da muss ich jetzt gerade reden. Das ist cool, wenn ich jetzt abstürze. Oder wenn ich die Ausrede abschieße. Was machen die denn jetzt da? Ja, hopp, alle rein und los geht's hier. Heiderzack. Jetzt müssen wir bestimmt noch irgendeine Scheiße machen. Ja. Was ist jetzt? Die hauen jetzt ab. Und wir? Ja. Oh mein Gott, wir sind einfach nur zu gut. Boah, leck mich am Arsch. Ich habe vier Kills gemacht. Wow. Nicht schlecht. Ich habe 740 Punkte geholt. Ja. froh, wir sind einfach nur zu gut. Es geht um die Kills. Ja, ich mache immer wieder. Ja, ich habe mal... Ja, ich habe zwei Kills. Ich habe mal wieder... Aber war und ich habe ja auch mal sie.